Der Prüfkoffer hier für Ladeluftsysteme ist perfekt, um Undichtigkeiten zu finden. Was alles im Satz enthalten ist, das schauen wir uns jetzt an. Die 17 Teile des Satzes sind sauber und ordentlich im stabilen Koffer verpackt, so dass auch alles seinen spezifischen Platz hat. Der Satz beinhaltet Adapter von 31 mm bis 110 mm Durchmesser. Somit decke ich nahezu alle Benzin- und Dieselfahrzeuge im Markt ab. Es gibt jeweils immer einen Verschlussstopfen und es gibt den Befüllstopfen. Die Adapter selbst sind immer zweistufig ausgeführt, so dass ich mit jedem Adapter zwei unterschiedliche Durchmesser abdecke. Des Weiteren ist im Satz enthalten der Befüllschlauch, der einmal auf dieser Seite hier mit den jeweiligen Adaptern verbunden wird, auf der anderen Seite mit einem Reifenfüllmesser. Dieser Anschluss ist dann verbunden mit einem Sicherheitsventil, das bei 1,8 Bar ablässt. In der Anwendung sieht es dann so aus, dass ich eine Seite meines Ladeluftsystems verschließe mit diesem Stopfen und auf der anderen Seite dann mit dem Fülladapter verbinde. Der wird mit dem Füllschlauch verbunden und dann beaufschlage ich das System mit Druck und kann dann sehr leicht Undichtigkeiten, Leckagen usw. finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017